Ja, aber Thomas, guck mal, das eine ist doch viel dicker, oder? Du lässt dich nicht so gut bewegen, wie das Arme ist. So, ich kann dir auch nicht. Ja, ich mich auch. Wenn man die Augen lassen, wie das da der Kamera macht. Ich hab schon mal gelesen, dann wird sich das auch gut hören. Na, na, na. Aber es sind keine Kunststüche, oder? Nein, das ist ja auch nicht so. Ich zeige dir, das liegt in voller Art. Ich bin da. Da ist das. Jetzt hier lebt mit. Dann gucken wir, dass ist nur noch voller Art. So, da war das. Dann machen Sie Arme. Dann Seems 내용ев geht er. Du kannst mich einfach holen. Ich habe nur einen Käfig. Die sind so mit, also quasi nehme ich sie nur auf die Schulter. Aber ich habe hier so einen extra so einen Käfig, den wir hier haben, und ich gehe dann dahinter in so einen Käfig. Dann kann ich das Auto mit dem Lenkrad angeknappern. Der fließt dann mit Lackaner weg. Hat der Probleme. Alle anderen. Hm? Ja, das ist ja auch noch eine andere hier. Das war ein Schmuck, der. Ja? Ja. Das ist von dem eigentlich genutzt ab und zu mal. Tierarzt, ja. Tierarzt bitte. Ich hatte auch noch eine Hände. Hmm. 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 Was ist denn? Bisschen, Bisschen. Hmm. Ja, bin ich die Arzt. Ja, bin ich die Arzt. Mach mal. Wie? 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 Möle fliesst. Wie? 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 War das denn jetzt machen? Ah, das ist eine geile Scharfe. Wie? Wie, wie? Wie?